Perfekt aus der Leerfahrt ja woher wusste ich das nur irgendwie wird hier noch kein Stahl produziert obwohl ich hier alles gut gemacht habe würde ich mal so sagen so du steigst auf und du steigst auf ich brauche hier einfach noch Steuereinnahmen war ja das Leben ein bisschen teurer dann ist hier Ruhe hoffe ich mal so du noch keine Zeit du noch ich bin in der Kneipe verabredet mit ein paar Kollegen müsste hier mal die kohleknappheit zu Ende gehen Juhu 3 Stahl so was mache ich jetzt nun ich brauche noch zwei Uranminen so für das gehe ich mal hier hin und lade mal wieder 34 von denen auf 40 von denen fahr ich hier hoch so dann dürfte da auch Ruhe sein keine Zeit keine Zeit bin in der Kneipe verabredet mit ein paar Kollegen so 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 ja wie viel habe ich denn Tycoon Ingenieure 542 542 und hierfür brauche ich 1200 leck mich doch am Arsch das sind ein Haufen Leute Hätte ich ja gleich alle aufsteigen lassen können Ach die wollen nicht mehr schön zu wissen 9 ich brauche so viele Tycoon Ingenieure das ist ja der Wahnsinn ist hier irgendwas am Ausgehen ja irgendwie unpraktikabel sieht eigentlich relativ gut aus nur der Kunststoff kommt immer noch nicht in Fahrt so dann gehe ich her und pflanze hier ein Depot hier so ich hoffe hier kann ich endlich Uran anbauen 3 Minenbauplätze ist ja toll aber was kann ich hier Anbau abbauen ermöglicht den Abbau von Rohstoffen mit Hilfe von Minen was links klick um eine Übersicht der verfügbaren Ressourcen anzuzeigen nix ist ja auch toll so wie wärs denn ach scheiße ich brauche 3 verschissene Uranminen was soll denn die Kacke die Dinger hat nur 2 Bauplätze hier Kalkstein vorkommen ach hier wird eh Kalkstein abgebaut ach hier habe ich eh 99 Kalkstein ach Kalkstein wird zu Beton so ok 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 weiß ich das jetzt auch wieder ich bin hier ziemlich vergesslich und so aber ist hier hier ist nix Uran Uran vorkommen ich habe 3 Minenbauplätze aber ich kann nichts abbauen hier doof vielleicht ist deswegen hier verlassen wäre vielleicht eine Möglichkeit so und hier gibt es auch kein Uran leck mich doch wo soll ich denn hier jetzt den Uran herkriegen du fährst jetzt hier rüber und ich muss nochmal in die Handelsroute hier rein und den da hier raus x so schließen und wie sieht es hier aus mit Stahl wir haben ein Plus oh wir machen die dicken Geschosse sehr schön zwölf Stück haben wir schon von denen so alter mir geht der Fisch aus das sehe ich gerade so mit meinem Adlerauge hallo ich will hier benötigt Hafenbereich ja wie wärs denn mit hier hallo so vielleicht mit Echos produziere ich halt mit denen den Fisch ist ja auch Wurst Achtung Produktionsstillstand äh äh wieso kann ich das hier mitten rein pflanzen? kann mir das ein Mensch sagen? so Spiel gespeichert so Dankespiel für speichern ach so die könnte ich auch mal ausschalten Kalkstein Betonfabrik so ich hab doch hier nur ja wie hab ich denn Minenbauplätze hier? ich hab ja nur zwei oder? und wie soll ich hier drei ah hier ist eine Kohle du kommst aus der Pause raus so jetzt hole ich hier mit meinem Schiff wenn ich es finde hole ich hier Beton und Werkzeuge achso scheiße ich kann die Dinger ja noch nicht bauen ach kann ich schon ich brauch Beton Stahl brauch ich äh äh so du kommst aus dem Quark da muss ich die Handelsroute hier einladen die Stufe 3 den hier ausladen Stufe 3 den hier so schließen dann hoffe ich wird das was bald so dann haben wir hier ich laber hier halt schon irgendwie nur wieder Bullshit so wo 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 ist dort so du kommst mit dein broke wird das durch das glaube ich mir wie immer so 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 wo ist mein Schiff Schiff Prozent unbeschäftige Fahrzeuge so ich brauche ich brauche und brauche brauche nehmen wir das mal mit ein paar Bauzellen und natürlich den ganzen Beton nehmen wir auch mit dann ist hier Ruhe Geborgenheit wie sieht's denn aus ja gut so Munition brauche ich hier noch nicht produzieren anfangen hier haben wir noch drei Stahlauflager drei Tonnen solche Dinger haben wir schon so Eisenerz werde ich auch schon mittlerweile auf oder nicht mehr so da muss ich hier mal muss ich hier mal den hier machen so dann mache ich hier natürlich noch so ein Stahlager wieder Stahlproduktion wieder her wo ist die Mine hier so dann brauche ich hier eine Straße dann geht sie ja hoffentlich bald mal ab Kohle habe ich eine Überproduktion ja habe ich so ähm mein Schief ach hier ist es ja schon so dann kommt hier du wirst weggerissen und hier dafür kommt natürlich ein Uran Dingsdi hin so das hier und natürlich haben wir Stahl jetzt von einer anderen Insel bekommen leise ich das weg und bau auch noch so ein Uran Dingsdi und was fehlt mir jetzt nicht genügend Baumaterial was fehlt was fehlt eine Tonne ja ich hoffe die kommt gleich hier wuselt es ja gerade noch von Schiffen so komm laut rüber näh jetzt geht das Ding nicht mehr so Produktion gestartet Abbau von Uran angelaufen Produktion von schweren Waffen jetzt möglich so was brauche ich denn für ich soll ich soll eine Viper bauen ich soll ich soll keine feindlichen Flugeinheiten im Sektor geortet ok ja ok ich registriere Aktivitäten auf ihrem Stützpunkt hektische Vorkehrungsmaßnahmen ich werde herausfinden was sie planen das finde ich nicht gut wenn er herausfinden will was ich plan äh so dann brauche ich hier so zwei Viper Produktion gestoppt ok da brauche ich die normale Munition und 20 Eisen und Kolossus Kolossus oh die Panzer durchdringenden Dinger und sowas das ist ja toll also da brauche ich nicht Zeit für bis ich das zusammen habe außer ich ich knüppel jede Mine zu was nur geht hier wäre noch ein Minenbauplatz könnte ich hier noch ein bisschen Stahl produzieren hm Munition habe ich hier wie viel von 65 das dürfte mal reichen das war ja nur mein Schiff nehme die die Munition hier so und die Panzer durchdringende so dann fährst du hier runter im Eiltempo bitte weil es schnell gehen muss wo ist er denn wo ist er denn so dann nehme ich da noch Munition auf so und zwar die ganze und dann kannst du hier runter schippern und das natürlich auch wieder so schnell wie es geht oh man viel Schiffe hier unterwegs was ist denn hier alles unterwegs alles Systeme in Schuss die Mannschaft auf zack so muss das sein ach so lauter U-Boote gut zu wissen das ist immer schön dass hier eine schöne U-Boot-Flotte unterwegs ist so wie sieht es hier aus mit Nahrung und so hatte ich doch eine kleine Knappheit nee ist schon wieder aufsteigend ach nee hier hatte ich eine Knappheit oder wo hatte ich denn eine Knappheit Ei 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 Alarm Lager füllt sich ja gut zu wissen dass sich das Lager füllt ach so ich hab den oh so ihr dürft wieder jetzt hab ich's grad gesehen dass ich hier Bob Mist gemacht hab so was brauch ich jetzt äh jetzt bräuchte ich nur noch die 30 Tonnen Stahl und hier 20 Tonnen Eisen das Eisen könnte ich hier fast holen so du machst Stillstand du machst Stillstand dann werfe ich dich noch an so dann wird alles zu solchen Stahlträgern hoffentlich Eisen hab ich jetzt en masse ein solchen ein solchen ein solchen Kohle hab ich genug so jetzt könnte ich eigentlich direkt nochmal so eine Eisen Produktion machen so eine hier wenn ich zwei Werkzeuge mehr hätte nein ok jetzt zwei Werkzeuge mehr hier ich hab ja auch noch so ein Hummer